Vom Alter her war schon klar, dass jetzt einmal die Zeit zum Aufhören ist. Denn es gibt ja andere, die mit 35 Jahren schon aufhören. Wenn man nach einem normalen Ablauf geht, wäre die Zeit wahrscheinlich schon lange reif gewesen. Dass man natürlich mit 41 immer noch auf diesem Niveau spielen darf, ist derzeit mich wirklich auch privilegiert. Darum geniesse ich die letzten Spiele. Das habe ich schon länger gesehen, als die letzte Quali wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meinem Körper auch zutrauen würde, die Quali zu spielen und es ist für mich auch wichtig gewesen. Was sind die schönsten Momente? Kannst du dich zurückerinnern, wo du sagst, das war ein Highlight? Ich glaube, jedes Goal, das ich in der Verlichterstattung gemacht habe und 16 Goals schiessen durfte für mein Land, ist ein absolutes Highlight. Das ist nichts Selbstverständliches. Den habe ich natürlich in der schönsten Stadion in Europa verspielen dürfen. So wie ein Treffort, Hamdenpark und so weiter. Das sind natürlich Erinnerungen, die ich nie mehr vergessen werde.